Musik Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Azureich und Und mit mir Bottle Reaper Und wir beide wollen heute ein bisschen darüber reden, welche Bezahlmodelle die kommenden MMORPGs haben Beziehungsweise ist ja bekannt was die haben werden Aber wir wollen einfach mal unsere Meinung dazu geben, was wir davon halten Denn gerade ein Abo-Modell ist in der heutigen Zeit nicht mehr gerade so alltäglich Wie Guild Wars 2 ja beweist oder andere MMORPGs Und ja, wir haben das kurz online und auch Wildstar zum Beispiel Haben sich beide für ein Abo-Modell entschieden Zwar ein bisschen unterschiedlich, aber ein Abo-Modell Was meinst du dazu? Ja, zuerst einmal muss man das von zwei Seiten her sehen Auf der einen Seite, klar ist Free-to-Play für den durchschnittlichen Spieler natürlich attraktiver Aber wenn man es mal so sieht, dann ist der Markt langsam an Free-to-Play gesättigt Die Leute zocken Free-to-Play-Spiele jetzt im Augenblick wirklich nur noch so, dass sie ein, zwei Spiele unterstützen Und den Rest zocken sie wirklich dann Free-to-Play, wo sie dann kein, äh, sag mal, Itemshop oder sonstiges verwenden Das heißt, die Firma bekommt ihr Geld nicht wieder zurück Welche Spiele haben sich denn Free-to-Play so wirklich durchgesetzt in letzter Zeit? So abgesehen von LOL Ja, eigentlich nur noch Dota Und wieso? Weil Dota eine riesige Fanbase hat Und das Spiel seit mehr als acht Jahren existiert Die neuen Spiele, die jetzt rauskommen, so Warface und sowas Ist zwar immer wieder ganz nett, aber ob die wirklich Geld zurückmachen, ist die Frage Und wenn ich so viel Geld in ein Spiel wie Alterscores investiere Dann möchte ich doch vom Business-Stattpunkt her mein Geld auch irgendwie wieder zurückmachen Und nicht darauf hoffen, dass die Leute sagen Hey, das sieht ja cool aus, komm, ich kaufe mir mal irgendeinen Itemshop Ja, Problem ist natürlich auch, wir haben es an einem sehr schönen Beispiel alle gesehen Star Wars World Republic hatte auch ein Abo-Modell Und, ähm, ja, das Spiel war auch sehr vielversprechend Aber es fehlte eben das, was ein Abo-Spiel Man nehme einfach nur Blizzards World of Warcraft als Beispiel Es fehlte das Wichtigste, und zwar Content Ja, gerade bei SV Thor war einfach kein Content da Und, äh, man sieht einfach an World of Warcraft, dass man wirklich gerne das Geld zahlt Und was die einfach im Moment an Content raushauen Es mag jedem gefallen, wie er möchte, so mal nebenbei Aber was die an Content machen oder so, das ist wirklich, ähm, sehr geil Also man hat da auf jeden Fall immer was zu tun Alle paar Wochen kommt irgendwas Neues Der neue riesige Patch ist schon in den Startlöchern Und so will man das ja auch sehen, wenn man dafür eben Geld bezahlt Nehmen wir einfach mal Guild Wars 2 im Moment als Beispiel Das hat es ja eben jetzt auch durchgesetzt Ist ein sehr erfolgreiches Free-to-Play-Spiel Aber, soweit ich das beurteile So von, ich spiele es ja im Moment nicht Deswegen schon mal sorry, aber So an News oder so Würde ich sagen, da kommt nicht so viel An Content Und, äh, das merkt man dann doch schon, den Unterschied Und, ähm, da muss man eben für sich überlegen Ob man da gerne mal die 13 Euro im Monat zahlt Ähm, wenn halt eben auch der Content stimmt Oder, ja, die Updates stimmen Dann finde ich halt sowas immer Ja, also ich fühle mich da wohl dabei Wenn ich einfach Geld immer zahle Und dafür auch eine richtig gute Qualität bekomme Und auch dauerhaft zocken kann Und, man darf es nie vergessen Es ist deutlich bereinigt da von irgendwelchen Trollen Oder solche Spiele Ja, also, ich gebe dir auf jeden Fall recht Dazu gilt, was zwei vielleicht nochmal Das Ganze ein bisschen zu relativieren Es ist natürlich weniger Content Im Vergleich zu, so einem, äh, monatlichen Gebühren Wie zum Beispiel WoW Das kann man einfach nicht vergleichen Ist ganz klar Die Frage ist, wohin wird das Geld zuallererst reingesteckt Also, das Geld wird natürlich dann investiert Hoffentlich neuen Content zu machen Und wenn der Content stimmt Dann bin ich wirklich dafür bereit Das auch finanziell zu unterstützen Jetzt überlegen wir uns mal Was macht das durchschnittliche Free-to-Play-Game aus? Wir alle kennen es von Dota und von LOL Und von all den anderen Spielen, die Free-to-Play sind Man geht rein und wie du bereits erwähnt hast Der erste siebenjährige, der einem vor die Flinte läuft Beleitet, hey, ich hab deine Mutter Und ihr wisst schon, was dann passiert Im schlimmsten Fall auf irgendeinem ultra gebrochenen Englisch Aber darüber will ich jetzt nicht anfangen Sehr verdammt, dass man die Community ein bisschen versorgt Vor allem bei so einem Spiel wie The Elder Scrolls Ja, es ist ein Spiel, das die Community hauptsächlich ab Morrowind und ab Oblivion Ja natürlich eine Bann gezogen hat Jeder hat schon mal was von Oblivion gehört Und die Leute, die mit Morrowind und Oblivion gestartet haben Sind jetzt circa in unserem Alter Die sind nun mal so 16, 17 plus Oder halt in unserem Alter Also 23 Ja, ich sag's ja Die sind nicht 12, die sind nicht 13 Das Problem mit 13 Euro im Monat, das auszugeben, ist nicht wirklich da Ich meine, ein Spiel kostet 60 Euro Das sind 5 Monate im Endeffekt Wenn man sich das also so betrachtet, dann hätte ich vielleicht lieber Und ich möchte dann gleich zu diesem Punkt wieder zurückkommen Lieber vielleicht eine Welt, wo etwas weniger Leute rumlaufen Und dafür läuft mir keiner über den Weg, der Faggot Noob Slayer 89 Devil Master Assassin heißt Und die ganze Zeit um mich herum springt und Penis schreibt in den Global Chat Du bist ja immer so einer Ja, aber das sollen die ja nicht wissen Darüber reden wir doch nicht Aber auf der anderen Seite Falls dann die Zahlen nicht wirklich stimmen Dann hat man immer das Problem Soll ich jetzt wirklich in diesem Spiel anfangen Wo vielleicht nur, sagen wir mal, 600.000 Leute mitmachen Wirklich Vielleicht nicht lieber in diesem Spiel, wo 3 Millionen mitmachen Aber es, wie gesagt, free to play ist Und das Problem der Community ist Das ist halt immer so diese Waage, die man eingehen muss Deswegen finde ich persönlich das Bezahlmodell von Wildstar sehr, sehr gut Wer wenig zockt, der muss Geld bezahlen Wer sehr viel zockt Oder halt allgemein sehr viel macht in dem Spiel Also im Endeffekt der Community mehr oder weniger hilft Der bekommt es im Endeffekt fast free to play Ich finde es eigentlich ziemlich gut Ja, und wenn man das Bezahlmodell von Wildstar einfach mal mit EVE Online vergleicht Dann kann da auch ein Durchschnittsspieler eigentlich nach ein paar Monaten Sich das Spiel eigentlich ganz gut finanzieren selber Also zumindest bei EVE Online funktioniert das Mal gespannt, ob das bei Wildstar irgendwie auch so funktioniert Auf jeden Fall ist das Das haben wir ein extra Video dazu gemacht Also könnt ihr einfach mal suchen Ähm, ist das eben sehr interessant Und ja, das macht natürlich auch Wildstar interessant Wildstar lebt im Moment ja davon, dass es interessant wirkt Weil es eben nicht so Nicht so einen Namen hat wie Wie Elder Scrolls Online Ähm, die brauchen ja auch sowas Und wie Elder Scrolls Online, gut Die sagen jetzt, ja, wir machen ein Bezahlmodell Überall schreiben die Leute Ja, zocke ich doch jetzt eh nicht mehr Ähm, am Ende sind da eh über Eine Million, zwei Millionen Abos Ja, weil das Einfach wie Elder Scrolls ist Die werden damit nicht so ein Problem haben Ja, okay, aber das Problem daran ist Wenn du diese ein, zwei Millionen hast Wie viele Leute bleiben da Ich kenne mich selbst Ich weiß, wie ich spiele, zocke Wie zum Beispiel Dark Souls, Devil May Cry und so weiter Ich meine nicht dieses neue Devil May Cry Das hat für mich nie existiert Ich meine Devil May Cry 3 und so weiter, ne Diese Spiele, wie ich die zocke Das sind schwere herausfordernde Spiele Ich zocke die vom Start bis zum Ende durch Aber Spiele wie Skyrim Ich sag mal in Anführungsstrichen Spiele Die bisschen Leisure sind Oder halt MMOs Ich zocke die nicht den ganzen Tag Ich kann nicht den ganzen Tag Ein MMO zocken Es geht nicht, ich drehe dabei durch Das heißt, ich muss in Abschnitten zocken Ja gut, du Ja, aber ich sag's davon Bei WoW denke ich mir dann immer so Ja, mein Gott, jetzt hab ich Geld bezahlt Jetzt muss ich zocken Mehr oder weniger so Jetzt wieder zu einem teuflischen Grindfest Bei Guild Wars 2 hab ich, glaub, drei Monate So, ne, überhaupt nicht gespielt Jetzt bin ich wieder reingekommen Und es macht wirklich Spaß Ich level so ab und zu vielleicht jeden dritten Tag Mach ich mal ein, zwei Level Es macht einfach sauviel Spaß Zum Zwischendurch Aber eben dieser Spaß zwischendurch Dass ich mal drei Monate Pause machen kann Ist in keinerlei Relation dazu Dass ich halt, falls das jetzt wirklich monatliche Kosten hätte Dann die monatlichen Kosten zahlen würde Das Problem ist einfach nur Viele Leute werden dann ihre Scores online anfangen Oder halt auch Wildstar, je nachdem Wenn's anfangen, wird am Anfang sauviel Spaß machen Dann fallen sie vielleicht genau in dieses Loch In das ich falle Weil da kommt, äh, das und das Spiel raus Keine Ahnung Das nächste Batman Das nächste XYZ Das nächste Call of Duty Hundefutter Wat weiß ich, ja Irgendwas Call of Duty Fisch-Aquarium Ist ja Latte Und dann zocken die mal zwei, drei Monate nicht Und denken die sich so Ja, jetzt wieder neu anfangen Neue Abo Also, ne Wieder neu mal Das alles zu bezahlen Weiß dann, wenn ich wieder mitten im Monat keinen Bock hab Dann ist das Geld ja weg Und, und, und Also das heißt Die ganzen Casual-Leute Wären dann meiner Meinung nach In so einem System nicht mitgezogen Nur die Hardcore-Leute Ja gut Aber im Gegensatz zum Beispiel zu Guild Wars Denke ich mir bei WoW nach ein paar Monaten Hey, bei Guild Wars habe ich null verpasst Weil da einfach nichts passiert Bei WoW Wow Scheiße Zig neue Rates Zig neue Sachen Ich glaube, ich fange mal wieder an und zock Weil ich damit wieder wochenlang Unterhaltung habe Und, wenn es bei VLR Scores klappt Dass dann nach diesen paar Wochen Auch wieder neue Content da ist Das, was ja bei S4Tor nicht der Fall war Wo man also automatisch in dieses Loch fiel Ja, ohne dass man es eigentlich wollte Dann kann auch VLR Scores so bestehen Und die Entwickler sagen ja Ja, die sagen ja immer alle ganz viel Dass die ja jetzt schon an Content arbeiten und so Ist man ja mal sehr gespannt drauf Aber, wie gesagt Davon hängt es bei VLR Scores ab Denn VLR Scores hat im Gegensatz zum Beispiel Also meiner Meinung nach zu Wildstar Sieht es ziemlich langweilig aus Weil es eigentlich das typische MOPG so erscheint Ja klar, hat natürlich hier und da Erneuerungen und so Aber es wirkt Also, da ist natürlich jetzt keine Diskussion mehr Über das Bezahlmodell Aber Wirkt für mich nicht so interessant Ja okay, aber du musst es mal von der Seite sehen Die ich jetzt gerade angesprochen habe Nämlich mit der Targeted Audience Also welche Zielgruppe verfolgen die Wie ich mal gesagt habe Die meisten Leute sind mit Oblivion eingestiegen Mit Skyrim kamen sehr sehr viele Leute dazu Aber hauptsächlich lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster Sodass eigentlich ich nur noch Mich mit meinen Füßen irgendwo am Geländer festhalte Und sage Die durchschnittlichen Leute Die jetzt gehypt sind auf Elder Scores Online Sind 15 plus Sage ich einfach mal so Weil die Leute sind mit Morrowind aufgewachsen Mit Oblivion Oder haben zumindest mal gezockt Oder jetzt halt mit Skyrim Und natürlich Fans der Fallout Serie Und 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 Das sind eher Spiele die Als Ziel Audience Eher so die Sag mal Jugendliche Und Erwachsene und so weiter Plus zielen Und die Leute haben Verpflichtungen Wir beide auch Semesterarbeit, Bachelorarbeit, dies und das Aber die Leute haben auch Geld Ja okay Aber ich sage einfach Studium haben und so weiter Andere müssen Ausbildung machen Andere müssen arbeiten und so weiter Wenn ich zum Beispiel Oder ich kenne Leute Die nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommen Vielleicht jeden Tag Nur anderthalb Stunden Zeit haben zum Zocken Sagen sie vielleicht nicht Ja das lohnt sich ja voll Wenn ich zum Beispiel Nur jeden fünften Tag Elder Scores Online zocken will Weil ich auch noch andere Games habe Die ich ab und zu mal zocken möchte Dota, League of Legends und so weiter Die verschwinden hier alle nicht Und dann sagen die sich so Ja Hm Lohnt sich das jetzt wirklich Meine Befürchtung ist einfach nur Dass Elder Scores damit Zwar hoffentlich super erfolgreich wird Ja ich will mir das Spiel auf jeden Fall holen Ich will es auf jeden Fall antesten Aber dass die mittendrin So nach vielleicht den ersten 3-4 Monaten Wo der ganze Hype dann aufhört So hart abebben Dass die ganzen Leute dann sagen Ja okay jetzt will sie das Spiel eh nicht mehr Oder sie sagen Jetzt ist ein anderes Spiel draußen Ich finde es halt wirklich viel besser Wie die das bei Wildstar gelöst haben Auch wenn ich nicht komplett jetzt Elder Scores verarschen will Ich finde es immer noch besser als Free to Play Versteht mich nicht falsch Immer noch besser Aber ich finde es dann einfach so besser Dass man sagen Kann sozusagen Okay ich könnte jetzt auch ein bisschen weniger spielen Aber es wäre immer noch kostenlos Und ich hätte nicht diesen Zwang im Hinterkopf Dass ich sage ich muss spielen Denn ich habe ja bezahlt Ja das stimmt wohl Aber jeder der Also es gibt natürlich aber auch sehr 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 viele Leute Die eben den ganzen Tag arbeiten Dann aber auch Geld haben Und dann am Abend ruhig damit zufrieden sind Einfach mal schön mit Kollegen oder so Eine Runde zu waden Und auch für die Stunde Dann trotzdem gerne Die Laschen Und es ist mal wirklich nicht viel 13 Euro im Monat zu bezahlen Ja das ist ein Witz 13 Euro im Monat Ja auf gar keinen Fall Vor allem wenn man es mal hoch Multipliziert Wie gesagt Es sind dann 5 Monate Habt ihr im Endeffekt Neues Spiel Ein durchschnittliches Spiel Falls man sich heute so ein Singleplayer Oder sowas anguckt Hat welche Spielzeiten Vielleicht 12 Stunden Falls ihr Multiplayer dazunehmt Vielleicht so ein durchschnittliches Spiel Kommt ihr im Endeffekt auf 30 Stunden Sagen wir einfach mal so ganz grob Ja das ist noch echt Positiv geschätzt Falls ihr die Spiele sehen würde Die heutzutage rauskommen Ich meine jetzt keine Spiele Wie Skyrim oder sowas Und diese 30 Stunden Dann verteilt auf 5 Monate Wie viel ist das? Pro Tag Extrem wenig Bei einem MMO Habt ihr auf jeden Fall Egal welches MMO ihr nehmt Im Preis-Leistungsverhältnis Also das heißt im Preis Pro tatsächlich aufgewandte Spielzeitverhältnis Einen der besten Deals Den ich je gesehen habe Weil es einfach super ist Ihr werdet auf jeden Fall mehr zocken Als diese 30 Stunden Über die 5 Monate verteilt So habt ihr im Endeffekt Einen super Deal Egal ob ihr jetzt wirklich Jeden Tag zockt Oder nur jeden fünften Tag zockt Ist auf jeden Fall gut Ja Naja ich denke mal Wir haben eigentlich alles gesagt Ne? Ja definitiv Ja finden wir auch Also ihr könnt ja mal gerne In die Kommentare schreiben Das wünschen wir auch Was ihr so von den Bezahlmodellen Der zukünftigen Spiele Oder der zukünftigen Sehr nahgreifenden MMO RPGs findet Ja da kommt noch EverQuest Next Und bla 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 Alles raus Aber ich denke mal so Wildstar und Äh Elder Scrolls Online Die kommen ja noch dieses Jahr Und ähm Ne? Soll noch Weil man das nicht genau weiß Ja weiß Weiß man nie Ne? So genau Wir hoffen einfach mal Und ähm Ihr könnt ja mal dazu schreiben Was ihr denn so Für Pro und Kontra Argumente Da seht Ähm Ja Ich denke mal Und bitte nicht einfach nur So was schreiben wie Mit Abo-Modell ist das für mich gestorben Wie so ne Ich sag mal Mittelständische Schwarze Frau Wie man sich immer so Stereotypisch vorstellt Die dann vor einem steht Und einem so vor der Nase rumschnippt So Nach dem Motto Also einfach Am besten vielleicht mal Mit ner kleinen Begründung Ja genau Genau Und sagt hier nicht Ihr seid in der Schule Und habt kein Geld Ey mein Gott Das ist echt kein Problem Wenn ihr wisst Als ich in der neuen Klasse war Hab ich sau viel gearbeitet Wirklich Ja Gibt Nachhilfe Oder so Selbst wenn ihr keine Ahnung habt Wie du Ich hab auch keinen Ich gebrauchte Okay Wir sagen einfach mal Bis zum nächsten Mal Und ciao ciao